hallo und willkommen zurück zu ugea master duel wo er mich hier von der freie defekt abhält ja das tut mir leid die wirst du dann samstag lesen müssen oder während wir oder während wir in polverl sind da hätte ich auch keine davon habe ich brauche halt den server also naja mit unnachgiebiger rotäugiger gegen ag vortex hast du schon drauf gedrückt der titel wirst du dein deck zuerst schreiben sonst wäre die logik plötzlich gebrochen erkennt der titel ja schließlich welche perspektive man sieht ja ja das wissen die zuschauer vermutlich wer mehr als einmal aufgeklickt hat wird das gemerkt haben ok wow das fängt ja gut ja was was los du bist dran zeigt mir deine schwarzen magier eine verdeckte karte so schaut das also aus ja ich hab halt leider ich ziehe mir das mal gucken wir was ich aktivieren kann und was nicht das einzige was ich spielen konnte wenn ich ehrlich bin ich habe auch keine fallen gezogen nur zauber dich nicht benutzen möchte also es wurde das ist immer noch den hungry burger ich habe immer noch drag made weil okay fangen wir mal ich habe auf dem account nichts freigeschaltet was im single play machen wir mal das hier ah ja ok welchen dunklen magier lege ich dann aus dem friedhof ich denke den og warum hast du ihn gespecial statt jetzt den aus dem friedhof zu specialen oder konntest du das nicht welches bringt mir das überhaupt was kein schimmer du ziehst eine karte für jedes nicht spielmarken monster dass du spielst kannst du bist so dann noch und noch irgendein bettelfeld machen wir die mal weg nein mir reicht eine karte handhaben sie ist weg ok gut er hätte dir der battle phase meine atk gut geschrieben also unter umständen je nachdem was für ein monster benutzt muss normal monster oder ritual monster sein wird froh dass die karte weg ist team team der vereinte drache nie gesehen habe ich denn jemals selber gespielt ich glaube nicht das ist ein drachen willst du ihn fusionieren ein hexer ich meine erst drache und da liegt eine hexe alles gut zu weit auch interesse aber das ist das einzige target okay magie geladene fuschel ach so dann hast du viele karte dann sind ja noch alle so stark das ist ja total doof scheiße mann wieso sind deine karten so stark hat irgendeiner von euch einen battle phase relevanten effekt ich glaube fast nicht ich habe viel mehr auswahl als du denkst ich habe viel mehr auswahl als du denkst aber keiner von den kleinen drachen hat einen effekt der mir da nicht hilft also lass ich dich den töten das ist doch dumm überlebe ich den nächsten zug du hast 6400 wenn du kein monster mehr spielst ich glaube mir bleibt keine andere wahl ich glaube mir bleibt keine andere wahl die instant version mal schauen wie die menschen wirft warte mal zerstört werden deine monster sowieso es geht nur darum wer den schaden passiert warte mal einmal spielst du falls eine aktiviert wird aber die wurde jetzt schon aktiviert ja ich glaube die kannst du jetzt nicht mehr aufhalten das monster ist doch schon da ich bin ich verstehe den effekt nicht so ganz ich ok ja wenn ich schon den ziehen ich dachte ich darf ist das nicht die richtige art von permanent darf ich nicht aktivieren oder da waren auch welche die ich aktivieren durfte eigentlich jetzt richtig gelesen habe jetzt aber oder fahrer das machst du jetzt kaputt ich habe kopf gewürfelt das heißt du kriegst den schaden das hat jetzt ein bisschen geburnt ja ja ein bisschen aber ich denke du kannst damit leben so gib mir mal einen tipp was soll ich abwerfen musst du wissen ich glaube den da ja der hat wahrscheinlich schon ein sinn da hast wohl recht das bedeutet aber ich muss den anderen zurückmischen was ich eigentlich nicht will ich habe den ja extra abgeworfen weil er nur dann als normal monster zählt naja ok du bist dran ich ähm die 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 infusion hat mich gerettet ähm ja vorüber geht oh wow ja gönn dir äh die das ist nöd das ist nöd die 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 also dass die Was mag ich? Ah, das mag ich. Ich essere hier. Huh. Das war's für heute. Schokolade ok rot eugegeist leuchtfeuer drache ich muss jede karte die ich benutze aber ich glaube nicht dass sie was kann solange ich keine magie habe eine dunkle magie das steht ein friedhof leuchtet habe ich was im stil warte mal der kann auch was anders verbannt neben was so er kann auch den kleinen verband ich glaube nicht dass ich dieses denn noch brauche aber ich behalte ihn gern auf der hand ja ein rotäugig monster der kleine heißt auch rotäugig ja hab ich nicht gelesen ich glaube nicht dass ich den noch mal will ok du weißt was jetzt passiert du kriegst der mensch du kriegst wesentlich weniger der mensch darauf dass das passiert kannst du auch das magier mädchen nehmen oder muss es eine von denen mit den obst namen sein ja das ist ja auch in der auswahl ich weiß noch nicht ob dir das überhaupt die kombination aber auch nicht ja keine ahnung stellen wir die hin kampf wird wiederholt ich möchte bitte angreifen aber ich wechsel target so was kann die ich glaube hat auch nichts daran dass das ist die die kein battle phase effekt hat außerdem tut dir dir jetzt mehr weh wenn ich jetzt auf dem knopf drücke und jetzt auf effekt aktivieren drückt warte mal das waren meine grundartiger dann dann hätte es keinen unterschied gemacht welches monster ich angreife mein fehler aber umso besser ist ja schon in der nato davor warte mal okay keine ahnung ob ich den wirklich abwerfen soll wenn ich drüber nachdenke aber ist egal konterfalle jetzt schon wieder rotäugiger zahn mit kette alle kannst du erstmal rettung der magier das wird dir helfen warte mal ich kann die triggern was kannst du triggern das will ich jetzt schon wieder nichts nichts das hätte nichts gebracht aber glaub mir es wird mich noch retten ok es wird wohl nicht nötig sein mich zu retten ok so wie ich das sehe verlierst du jetzt kann kann das sein das ist ein Ei ich glaube ich habe ein Ei gelegt eigentlich in der NDR wir können nicht nötig sein also das ist 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 so das ist das ist ja das wird ja so lange überlegt ja ich habe so viele auswahlmöglichkeiten aber ich behalte dann wohl ich nehme wohl die macht jetzt mein flagship monster auch wenn ich nicht vorhabe ihn jetzt noch zu benutzen heute aber vielleicht mache ich das einfach zuerst und guck ob du das blocken kannst wenn ich sehen wir einen tollen oder gegen strahl attacke oder so eigentlich aus das wird mir wehtun vielleicht hätte ich das lesen so oh mein gott ich hätte ein war mit dem leuchten drachen die andere angreifen sollen das thema erledigt gewesen ah Okay, keine Ahnung, ich dreh sie mal auf. Was? Ich darf's sogar? Oh. Ach so. Tausend Messer. Aber du bleibst vom Karteneffekt unberührt, also eigentlich dürfte meine Falle jetzt damit deaktiviert sein. Ich bin mehr... Was ist das für alle Magier? Ja. Okay, scheinbar. Scheinbar nicht. Ich bin immer noch genervt. Ich weiß nicht, wo steht denn das mit Karteneffekte unberührt? Das ist der erste Satz. Jeder dunkler Magier in deiner Monsterzone. Ach so, gut. Das ist kein dunkler Magier. Warte mal, wieso hast du dich gerade aufgedreht? What? Du kannst sie ändern? Ach so, du wolltest das. Dennis, ich glaube, dass du jetzt sowieso Game Over bist. Da war ein Ball. Ja, cool, gell? Deswegen wollte ich mit dem angreifen und nicht mit dem anderen. Genau, nur deswegen. Ja, ich hätte glaube ich nicht das Play machen sollen, weil ich einen Doppel Magier verbanne. Das ist echt detrimental. Ist der nur einmal im Deck gewesen? Ja. Dann verstehe ich das. Vielleicht sind noch ein paar andere drin, die ihn Friedhoft und Glamagier heißen. Was ich jetzt nicht, aber da habe ich keine gezogen. Ziemlicher Nerf, auf jeden Fall. Ja, da habe ich Glück. Mein Eventnick hat natürlich drei Stück. Ein dunkler Magier am Morgen vertreibt Kummer an Sorgen. Ich habe hier noch irgendwo einen rumliegen. Ich stelle ihn jetzt mit meinem Autogramm auf der Rückseite auf Ebay. Los. Link in der Beschreibung. Macht mich reich. Oh mein Gott, ich weiß auch die komplette Plays von dem Scheiß Deck nicht. Ich habe den schlechten Scherz komplett ignoriert, aber ist okay. Okay, aktivieren wir erstmal den Illusion des Chaos. Und dann muss ich überlegen, wen ich überhaupt noch meine Hand nehme. Mhm. Nehm ich dich. Ich werde mir den dann mailen. Bring mir das was. Das ist im Gegnerinnen-Speed-Shop. Du kannst nur einen Lag einsuchen. Ja. Die Sache ist halt, der kann glaube ich mehr. In dem Sinne. Mehr? Oh stimmt, ich muss ja auch wieder was zurück mischen. Ja komm, lege, mischen wir dich zurück. Jot. Dunkler Magier. Achso. Okay, die Karte ist definitiv nicht so gut, weil so viele Dunkler Magier werden das nicht. Dunkler Magier-Attacki. Ich weiß nicht. Falls du Monstern kontrollierst, deren Grundname. Oh, da brauche ich alle Beide. Ja, dann nehmen wir das da. Cool. Du kannst ja Magier-Mädchen. Ah, es müssen zwingend Magier-Mädchen sein. Okay, bring' mir das nochmal. Gut, dann habe ich jetzt auch einen Drachen hier liegen, auf jeden Fall. Unseren guten Timaeus. Ja. Das ist ja quasi ein Retrain, weil, like, kennst du Auge des Timaeus? Das ist das, aber halt als Monster jetzt. Weil vorher war das ja als Zauberkarte im Spiel, weil sie ja keine grünen Monster eingebaut haben. Aber dann haben sie ja normale Effektmonster eingebaut. Okay, Instant Fusion. Ich sehe schon. Willst du dich wieder Board Vibe versuchen? Der Board Vibe ist rein versucht, Dennis. Außer du hast was zum Blocken. Ich nehme wieder Kopf. Oh, scheiße. Dann wird es mir jetzt... Au! Nun, das tat weh, aber immerhin ist dein Monster weg. Das war es wert. Das war es wert. Äh, wie wäre es mit einem Ei? Ein Ei. Ist jetzt noch Fett machen. Es ist eine Sache. Oh, wie wäre es mit dem? Der macht Damage. Wart mal kann ich damit dann? Das war schade. Oh, das ist sogar... Okay. Ja. Okay. Sure, du gibst ja einfach noch mehr Artikel. Das kann man natürlich auch machen. Erzunterweltladen. Ja. Ist das nicht witzig? Du kannst mit Drachen, ich kampf mit Unterweltladen. Deshalb gibt es so viele... Oh mein Gott. Oh, du hast ja freie Auswahl. Nun, es muss ja ein Monster sein, das schwächer ist als meins. Such dir also einen coolen Effekt aus oder so. Ich weiß nicht, wie er hat. Okay, das geht quasi nur... Warte, von wo? Abwerfen. Da muss Hand und so. Das ist ein enormes Summen-Effekt. Wie mir ist das nicht alles so hilfreich. Nehmen wir mal den da. Ja. Na gut. Dunkle Magia. Es kann nicht leer. Ja. Ja. Spezialbeschwerung von Friedhofen-Color. Okay. Da liegt auch einer. Was für ein Zufall. Du musst jetzt nur einen Zauber oder eine Falle spielen. War ja leicht. Jetzt, wo der gespielt wird, darfst du auch noch eine Karte ziehen. Du kannst meine ATK klauen, wenn du angreifst. Du kotzt mich an. Ich bin mehr... Oder? Ist da... Ich weiß nicht, ob das die beste Option ist, aber die gehe ich jetzt. Band zwischen Lehrer und Schüler. Oh. Ja, schon. Und jetzt kriegst du noch einen der guten Zauber. Den besten. Ich überlebe das nicht. Warte, was macht diese Karte? Oh, so. Okay, mal was dann. Ich überträge halt meinen schwarzen Metalldrache. Ja, dann holt ihr halt einen Rodor gegen. Nein, ich gucke, ob ich eine Handtrap habe, ob ich bezweifle. Was ist eine Handtrap? Ein rot-Augen-Handtrap. Ja, Rodor-Däugiger Retro-Drache. Aber der nützt mir jetzt nichts mehr, dann hätte ich schon haben müssen. Was ist eine Handtrap? Ja, schon. Und alles andere ist jetzt eher nutzlos. Weil ich diese Runde nicht mehr überlebe. GG. Nicht mehr überlebe. Ach so, stimmt. Du hast ja gar nicht mehr volles Leben. Nee, ich habe vorhin getankt. Du hast nicht die noch gehabt. Leute, ich könnte das dunkle Magier mich hier als Tribute anbieten für sie. Weißt du, witzigerweise musste ich die Karte gar nicht suchen, weil ich habe hier noch eine Karte, die beides, also die Monster und Zauberkarten zerstört hätte. Darauf habe ich gar nicht geachtet, aber ja, das war eine richtige Reihenfolge. Das Mediatr hat, glaube ich, auch einen besonderen Angriff, oder? Das hättest du jetzt testen können, aber das hast du voll geil. Ja, egal, das schwöre ich einfach nochmal. Das würde aber implizieren, dass du den nutzt. Du weißt, meine Chancen sind besser, einfach nur, weil das Event-Deck etwas besser aufgebaut ist. Ich meine, es hat auch sehr gut gepasst, dass ich zufälligerweise noch genau zwei Zauberkarten habe, die ich verbannen kann. Das hat natürlich alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Okay, das ist gar nicht mal so mega schlecht, was ich hier habe für den Anfang, würde ich sagen. Okay, fangen wir mit Dita an. Dare to attack. Oh, warte, was ist das? Wenn ich besser... Ja, ich glaube, das ist eine von denen, die ich nicht angreifen will. Wenn du das schon so sagst. Okay, nicht nur kriegst du ein Special zusammen. Nein, ich werde auch noch halbiert. Toll. Das ist der Effekt, der mich mehr stört. Von der Apfelmagier-Mädchen. Lecker Apfel. Ich muss sie eigentlich mit einem Effekt zerstören. Oder gar nicht zerstören. Oh, das ist aber beides so. Das ist das dümmste, was ich je gesehen habe. Ha, da steht... Okay, gut. Ich habe ein Out. Ich habe eine Karte, die ich benutzen kann. Okay. Rotäugige Fusion. Achso, das ist ein Out. Okay. Ja. Let's go. Wir können aber beide nur angreifen. Naja, gut. Der hat immerhin... Der andere... Wenn ich angreife, kriege ich einen Krieger. Wenn du mich als Ziel wählst, tust du das bei deinem Effekt schon irgendwie. Also kann ich das eventuell sogar blocken. Ich probiere es mal aus. Dann werfen wir einen Normalen ab. Und einen Fünf-Sterne-Krieger. Den will ich nicht sehen. Let's go. Rotäugiger Heapdrache. Der nicht so heiß. Wegen der... Rotäugige Schwarze Drache. Na, dann schauen wir mal, was passiert. Bin ich überhaupt schnell? Okay, gut. Ich bin schnell genug. Ich darf mich ausrüsten, bevor du dran bist. Denk ich mal. Warte, wie genau ist das gemeint? Okay, ich aktiviere es einfach, weil das kann ja eigentlich nicht schaden. Ja. Ich kann es jetzt nicht blocken, weil ich meine Karte noch nicht habe. Das ist gut für dich und schlecht für mich. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht target, was ich mache. Ernsthaft? Oh. Okay, du hast recht. Du hast nicht klicken müssen. Ja, ganz schön. Großartig. Warte, was? Weil du bist der der Targeted, weil du angreifst. Aber sie tut es nicht. Ach, fuck. Die Formulierung. Ja, okay. GG. So. Dann müssen wir mal ziehen. Ah, interesting. Wait, WTF. Okay. Wait, WTF. Mein Gott, Alter. Das ist weird, aber das machen wir jetzt. Falls ein dunkler Magier, beziehungsweise einer mit den Stats als normale oder Spezialbeschwörung beschworen wird, wird einfach mal eben seine ADK verdoppelt. So, und jetzt kommt noch das Magier-Mädchen um die Ecke. Äh, ja. Gut, dann vergiss aber nicht, dass sie mich Game Over setzen muss. Eine Karte, ich lege. Jetzt muss ich mir gerade zerstören alle. Hast du zufällig noch ein Monster? Wenn nicht, dann überlebe ich das übrigens. Ich kann dir aber sagen, ich habe im Moment nichts, was ich benutzen kann. Ah, warte mal. Warte mal, ist das... Er hat aktuell 5000. Warte, was? Okay, ich hoffe, das macht den nicht zu stark, wenn ich das jetzt aktiviere. So, das geht. So, einmal 7000. Okay, perfekt, du hast das hingekriegt. Oh ja, gut, sieht gleich aus. Oh, war das wirklich schon dasselbe? Ja, denke ich schon. Joa, ich hatte noch Magie geladene Fusionen, aber dann wären die Karten wieder verbannt gewesen. Das ist immer so ein bisschen der Sache. Ähm, gut, wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.